Ach, der kleine Nightwing, der ist schon so ein bisschen impulsiv, würde ich mal sagen. So, wie kommen wir jetzt hier wieder raus? Dadurch nur. Hüpps, einmal durch die Decke durch. Auch er ist wieder da. Hi. Ach, du Vogel, du, du bist schon eine Nervsäge, weißt du, du bist echt eine Nervensäge. Ich kann das jetzt nicht tun. Wie, ich kann das jetzt nicht tun? Natürlich kann ich das jetzt tun. Ich kann das jetzt nicht verbeten, aber jetzt muss ich erst wieder gucken, wie kriege ich jetzt blöde Sicht umgestellt? Nein, so nicht. Nein, so nicht. So nicht. Ah. Nein. Nein. Oh Mann, ey. Ah, so schnell die Sicht um. Ah, nervig, ey. Okay, where do we go, my love? Da lang, sagt er. Okay, was habe ich jetzt... Ich habe schon die XP weniger ziehen, das ist gut. So, jetzt erstmal gucken, was ist jetzt hier Phase? Da muss ich hin. Da oben flacken... Ne, da sind noch so ein paar. Ah, da ist noch eine Rattler. Guck mal. Die können wir doch mal ganz fixieren. Hi. So, ja, die Poison Ivy, die kämpft jetzt für mich. Das finde ich auch sehr gut von ihr. Das finde ich echt glücklich. Also, ich mag die Poison Ivy. Okay, da, hi. Guten Tag. Wusstest du, dass ich das hier mal kenne? Noch eine. Auch die eine, die wir nehmen, oder? Die ist ja da gleich. Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. Guck mal, ah, das ist hier zu viel. Das ist hier eine knappe kleine. Batman hat ein Diamondback ausgeschaltet. Cash. Die Drohnen auf Bleak Island sind neutralisiert. Gute Arbeit, Batman. Gut. Haben wir die Drohnen auch weg. Äh, jetzt hat es gerade die Pinguin hier als Quest. Gucken wir nochmal kurz. Also, Pinguin Quest geht da weiter. Da haben wir hier noch die Riddler-Geschichte. Riddlers Rache. Die Türmchen. Eroberung von Gotham. Jawohl. Abrüstungskampf. Fehlen uns auch noch welche. Was fehlt uns noch? Ach, eine. Äh, nur noch zwei auf Founders Island. Okay. Ah, da kommen nach. Da kommen noch ein paar mehr Quests. Da wissen wir, wie es zu Ende geht. Da kommen wir allerdings noch nicht weiter. Äh, das sieht gut aus. Hier. Ach, er mit der Maske. Asrael, genau. Und die Feuerwehrleute fehlen uns noch einige. Okay. Und hier können wir momentan nicht weitermachen. Heide, finde, finde Mellenbett und verabreche. Da sind das Heilmittel. Und herrscht an der Straße sowieso. Die Checkpoints. Auf Bleak Island. Wir haben noch keine Checkpoints auf Bleak Island gemacht. Okay. Jetzt machen wir erstmal Pinguin. Alfred, ich werde die seismische Aktivität auf Miyagani Island untersuchen. Nein, wirst du nicht. Du wirst jetzt hier Pinguin-tastisches Ding noch machen. Ich fürchte, es sind keine guten. Äh, Pinguin. Bitte schön. Der Pinguin hält Nightwing im Amatek-Gebäude in Otisburg gefangen. Halte durch, Dick. Ich bin unterwegs. Okay, das sieht nach einem Riddler-Rätsel aus. Weiter geht's. Okay, ich glaube für die Riddler-Rätsel, wenn ich die machen will... Upsi. Wenn ich die Riddler-Rätsel wirklich mal machen will, dann wird... Change of Plan. Change of Plan. Abrüstungskampagne. Äh. Haben wir da eine neue Waffe gefunden? Äh. Weißt du was? Scarecrow, Ivy? Diese Arkham Knight und die Farbe der Helgen begonnen, Master Blues. Panzer unterwegs, Sir. Mit Flugdrohnen zu unterstützen. Oh, nicht mehr diese scheiß Flugdrohnen. Ich hasse die... Was ist denn das da oben? Willst du mich jetzt verarschen? Gegner Gesichter! Partition Bridge! Oh, fuck. Oh, fuck. It's... It's that again. So, 29. Du bist weg. Du bist weg. Batman hat eine Drohne zerstört. Dafür bezahlt ihr. Okay, du bist weg. Und... Du bist weg. Du bist weg. Hab ne Rettler verloren. Okay, du da oben. Du bist auch weg. 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 Drohne bezieht Position an der Flanke. Hüppala. Ähm... Weg daneben. Weg. Hüppala. Stehe. Äh... Y-Zügern halten. Drohnen-Hack. Die können mich nicht treffen. Hüppala. Ey, ey. Stehe. Stehe. Okay. Da ist noch ein Nerv-Perl. Du nervst noch gewaltig. Okay. Äh, du nervst. Da oben. Leben. Okay. Ah, die kann ich auch so treffen. Das ist schon einfacher. So. Und dann... Hoppala. Leben. Okay. Drohnen-Hack. Drohnen-Gehackt. Okay. Weg. Äh, da sind noch welche. Hi. Okay. Wenn sie jetzt gehen, wird das Gerät explodieren. Äh... Ah. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Noch fünf. Vier. Drei. Die dort nie. Wo sind die denn? Okay, die ist weg. Weg. Ach. Gott sei's gedankt. Die Sprengladung der Bombe liegt frei. Mithilfe der Winde kann ich eine kontrollierte Explosion auslösen. Na also. Okay. L-Window. Gas. Let's go. Wir haben die Bombe zerstört, Sir. Allen Bemühungen der Miliz zum Trotz. Was ist das da? Was ist das? Was bist du denn da? Du kannst nicht jeden Moment schaffen, dunkler Ritter. Du hast nicht das Zeug dazu. Was bist du denn da? Ich meine, du bist, bist du irgendwie sinnvoll? Was bist du? Muss ich dich verfolgen oder so? Macht das Sinn? Grundgeber, du tun Licht, hier! Nein! Ich tue es an! Macht das Sinn, wir jetzt zu verfolgen? Ich glaube irgendwie nicht, aber egal. Mach's trotzdem. Ich weiß, da ist eine... Weg hier, sonst kriegt er uns! Keine Chance! Okay. Du warst einmal. Okay, wat, wat nu? Wieviel, sind wir jetzt bei den scheiß Bomben hier unten? Ah ja, die eine ist noch in der Nähe, aber die schaffe ich so momentan noch nicht. Äh, ich wollte da weitermachen. Der Pinguin hält Nightwing im Amatec-Gebäude in Otisberg gefangen. Haltet um, still. Ich bin unterwegs. Äh, wo ist er jetzt hin? Wo ist er jetzt hin? Habe ich ihn umgebracht? Ich hab... Mist. Ich wollte ihn eigentlich fangen. Okay, Amatec-Gebäude in Otisberg. Vielleicht schaffe ich's da irgendwo nochmal hin. Pinguin war sich sicher, dass Batman auftuchen würde. Wieso? Sowas liegt unten gefesselt rum und wird tüchtig vermöbelt. Ach klar, Nightwing. Ich frag mich, wie's bei dem aussieht. Ah, die jungen Leute vertragen sowas. Ziemlich abgebrühter Mist, ja, was? Er hatte es noch nie mit dem Pinguin zu tun. Dachte, er könnte es allein mit dem Pinguin zu tun. Oh, da ist doch wieder eine. Was für ein Penner. Hi. So, noch Fragen? Gut. Also, ich werd hier ständig von neuen Missionen abgedenkt. Das ist... Ah, meine, äh, meine leichte Erkältung, äh, ärgert mich noch. Was strobiert euch neu? Sichert eure Schnellungen. Kurz mein Schlückchen getrunken. Ah. Ich lass nicht zu, dass die Waffen zerstört werden. Das ist mal klar. Okay, Missionsauswahl. Ah, ich kämpfe immer noch so mit so einer leichten Erkältung. Das nervt. So, jetzt können wir jetzt da mal weitermachen. Der Pinguin hält Nightwing im Amatec-Gebäude in Otisberg gefangen. Halte durch, Dick. Ich bin unterwegs. Hört mir. Was? Was war das gerade? Ah, da. Okay. Ich weiß nicht, ob ich da hoch wollte, aber... Okay. Ich hoffe, Nightwigs Zähne fliegen im hohen Bogen. Hast du Scarecrow auf den Leinwänden? Hört mir vor, Dick, hier drüben! Äh. Stirb, Arschloch. Okay, hier wird's gerade ein bisschen gefährlich. Da sollte ich vielleicht mal etwas systematischer rangehen. Das könnte helfen. So. Granate! Okay. Granate. Wir werfen Granaten auf. Wir entkommt uns nicht! Such weiter! Okay, sie haben Angst. Dann könnte man doch eigentlich mal ein Angst-Multi ausschalten, so. Sprungangriff wird ja... Ich möchte eigentlich Angst-Multi ausschalten machen. Das wäre eigentlich nett. Ich kann schon gar nicht mehr chillen, wie er auf dich K.O. geschlagen oder aufgeknüpft wurde. Jetzt zahle ich's ihm ein. Er gewinnt dich. Nicht hier, nicht hier. Ah, jetzt kann ich hier Angst-Multi ausschalten. Okay, das wollte ich gerade... Hey, halt! Nein, bleib stehen! Angst-Multi ausschalten! Mann! Darf ich euch bitte Multi ausschaltieren? Ich würde das gerne tun. Erstmal gucken wir mal, was... Was passiert da draußen? Ist alles okay? Detektivmodusgeschlecht. Ja, aber was los ich? Was denkst du denn? Findest du das witzig? Er ist da draußen und bereit zum Angriff. Ja, da ist er. Reiß dich zusammen! Wir dürfen uns nicht aus den Augen verlieren. Okay. Wenn ich da mal rüberflatter, kann ich mir den Einzelnen schnappen? Oder ich schnapp mir jetzt den Einzelnen hier. Dengst, du kannst uns ausschalten, Fleller-Maus! Keine Chance! Äh, X. Wer steckt dich weiter? Das ist sicherer! Er ist zu dumm, um das zu raffen. Okay. Äh. Äh, jetzt häng ich fest, oder wie? Oh Mann. Jetzt rennt er da lang. Komm, gleit. Gleit. Okay, hier mal rein. Guck, guck. Okay. Findet er Schwein! Oh, nein, nein, nein. Ne, 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 ne. Das glaub ich ja nicht. Er reißt uns in Stücke! Wie zum Teufel sollen wir ihn erwischen? Da ist noch einer. Das versuche ich noch rauszufinden. Aber auch eine Waffe. Dann behal ich. Er stellt nicht mehr auf. Geht weiter. Okay. Den kann ich mir einzeln schnappen. Deine Wachtgeschütze auf! Nein! Nein, nein, nein. Okay, krass. Deine Wachtgeschütze auf! Ich seh! Weg hier. Oh, fuck, ey. Oh. Verdammte Axt. Das hatte ich mir anders vorgestellt. Wirklich. Die Fledermaus hat diesem Kerl echt zugesetzt. Ich steh Wache! Wachtgeschütze aufgestellt! Bereich ist scharf! Er macht uns einfach alle! Da haben sie jetzt Wachtgeschütze aufgestellt. Die Schweine. Ich glaub, das ist reiner Zufall. Wir schaffen das, okay? Ich bin absolut nicht auf dem Weg. Verspungern. Hier kann es nichts mehr. Wie geht ihr das? Au! Aua! Okay. Keine Katze mehr für Spielchen. So wie der da. Aua. Okay. Hier muss ich wesentlich koordiniert herangehen. Heilige Scheiße. Du konntest mich nicht aufhalten. Jetzt wird Gotham untergehen. Ach, red doch nicht. Gotham wird untergehen. Du kannst mich mal an meinem kleinen Pupülchen lecken, du Spacken. Hä? Okay. Ich weiß nicht sicher, dass Batman auftauchen würde. Wieso? Was liegt unten gefesselt rum und wird tüchtig vermöbelt? Ach, klar. Okay, als erstes holen wir uns mal den Kollegen. Schluss, der steckt! So, den haben wir. Und jetzt mal sortieren. Ich habe leider keinen Detektivmodus. Das ist blöd, aber jetzt können wir den mal hier im Gleis treten. Äh, ist jetzt hinüber? Äh, weg, weg, das ist weg. Oh, da. Okay. Da ist niemand. Wo seid ihr? Okay, da ist einer. Kinder. Okay, weg, 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 weg. Ich... Es geht los, Jungs. Der große, böse Freak ist zurück. Versuch's noch mal nicht mehr. Trau dich. Wir können ihm nicht helfen. Ihr habt es erwischt. Passt besser auf. Okay, ihn haben wir hier... Ihn haben wir umgebracht. Ich... Ich... Na, ich kahve mit Wachgeschützen. Angst, Multi-Ausschein, endlich. So. Okay, hoch mit uns. Ah, jetzt läuft es schon ein bisschen besser hier. Okay. Haben die jetzt tatsächlich einen Wachstuhl aufgestellt? Die Schweine. Okay, da ist einer. Weg hier. Ab nach oben. Ab da hoch. Okay, wo ist das dämliche Wachgeschütz? Hat er jetzt alles aufgestellt oder nicht? Jetzt, da ist es. Okay. Da müssen wir jetzt mal drauf achten. Was ist da los? Ach, nicht diese scheiß Drohnen. Geh weg, scheiß Drohne. Hier ist kein Batman. Okay. Jetzt muss ich erst das dämliche Wachgeschütz da erledigen. Come on. Jawohl. Okay. Und jetzt schnappen wir uns den Kollegen da. Okay. Mr. Blackman ist auch hinüber. Attacke. So. Ach, und ich kann endlich meinen... Lightwings Signal kommt aus dem Inneren des Gebäudes. Es muss einen Weg reingeben. Ja, ich sehe den Weg rein schon. Ah, das geht doch jetzt wesentlich besser. Wenn du erst mal weißt, was dich erwartet, dann wird es besser. Okay, was haben wir denn? Da haben wir noch ganz viel Zeug, okay. Ach, er ist auch wieder da. Hi. Der Aufzugsschacht sollte mir Zugang zum Rest des Gebäudes verschaffen. Du willst ihn wirklich retten, oder? Du solltest das lassen. Wenn er einfach auf eigene Faust loszieht, hat er es verdient. Er respektiert dich nicht. Bats, hat er nie... Ja, stimmt schon. Macht so nix. Und runter. Okay. Klettern. Wie komme ich hier jetzt raus? Kann ich hier... Ah, da. Gitter betreten. RTB. Go. Okay. Ich muss wahrscheinlich noch weiter nach unten. So. Oh ja. Hier sieht es schon sehr stark nach Hauptquartier aus. 16 unbewaffnete Gegner. Da steht ein Wachgeschütz. Du wirst dich später noch brauchen. Du kommst hier nicht raus, du Penner. Du wirst hier verrecken.